Ah, okay. Nicht versteckt dich nur mal da drin, oder brauchst du das nicht? Ne, anscheinend zieht die mich nicht. Oder gibt es dann ne Spanne, wann? Ich kann die Maschine jetzt. Ja, mach. Das ist egal. Ballung, 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 der drückt sich wieder, glaube ich, um. Okay. Ah, du musst jetzt zu mir kommen. Musst dich ja hoch machen. Ah, wie mein... ah. Aber wir sind Ausländer. Alter, muss ich gucken, wann ne Wache kommt? Ne, kann ich gar nicht. Okay. Okay, nice. Boah, Alter, man muss so nachdenken, ey. Jetzt müssen wir nach unten. Ja. Oh, sorry, ich bin der Erste. Ne, mach. Unten. Im Keller. Okay, hier kann man gesehen werden. Hmm. Mal, hier ist ein Deckel. Oder wollen wir uns erst mal umgucken? Boah, wir das auch machen. Ne, mach mir mal auch mal. Ach so, ich weiß noch nicht, was da wisst. Das ist einfach nur... Ja, nicht, dass hier so Möglichkeiten sind, Sachen mitzunehmen und sonst was. Ja, gut, wir können... Okay, jetzt muss ich irgendwie Licht finden. Oh, nee. Oh, ich bin unten. Hier ist ne Lampe. Hier ist ne Regen... Ah, Taschenlampe. Alter, ey. Ich hype das Spiel irgendwie voll. Leer, hast du, um runterzuklettern, komme ich mal hinterher. Da hinten bist du. Hi. Du bist woanders, halt ich. Wie in der Hölle hast du da endet? Ich habe nur ein bisschen nach links. Was? Es war alles dark. Das ist, warum wir ein bisschen Licht brauchen, Leo. Smartass, hm? Dein ist ein Reifen, siehst du das? Oh ja. Oh, andersrum ist ja richtig kacke. Okay, Wasser ist runter. Muss ich jetzt hier rein? Anscheinend schon. Nein, ich kann hier her. Warte mal. So, bei mir ist hier Ende. Ich, ich habe hier kein... Ich weiß nicht... Wohlang... Muss einfach nur... Gehen, hier ist ein Rohr. Alter, das ist so gut gemacht, ey. Jetzt musst du jetzt betätigen, wieder. Ich bin halt ein Lichtgeber. Okay, da ist auch irgendwo Wasser wieder angehalten. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo du gleich herkommst. Ich sehe, das Licht schon. Kommen. Ja, du bist in der richtigen Richtung. Ja, ja. Geradeaus. Geil. Wie synchron das auch ist, wenn man auf beiden Bildschirmen und so hinguckt. Hammer, ne? Das ist so hammer. Also EA hat... Also, wenn das sich nicht noch drastisch verschlechtert, das Spiel, ne? Okay, drei... Oh, warte. Okay, drei, zwei, eins, go. Okay, welchen gehen wir? Du, du bist Führer. Ich gehe hinter dir her. Das ist echt schwer zu steuern, so. Ja, ist vielleicht mit Gamepad einfacher. Dann ist verschlossen, drehe ich mal um. Glaube ich auch, weil hier, wenn ich mit Maus und Tastatur, ne? Aber es geht noch, finde ich. Hä? Boah, ich sehe nichts, wenn ich... Wenn du jetzt... Dann ist er mir vorbei. Ist da denn irgendwas? Nö. Holy. Ich meine, lass mal nochmal ins Licht. Hier war die Tür. Dann kam wir her, ne? Denn hier. Shit. Das Problem ist, ich sehe fast gar nichts, Bill. Ach, du bist schon draußen? Nein, ich weiß nicht, wo du bist. Nein, das wird für, genau. Hey, Ingmar? Komm mal, komm mal zurück, zurück. Hey, wie bist du denn da hergekommen? Ja, den Gang. Du siehst doch, bei mir, ich sehe nichts. Hier, hier, hier. Kannst du mal... Hä? Ja, doch. Boah, das war irgendein... Okay, so. Jetzt folg mir. So. Du hast dich hergekommen, genau. Du musst... Mich folgen, mich fühlen. Hier macht er nämlich Licht aus. Das hört man nicht, ne? Geil, Alter. Wie so ein... Oh, nein. Oh, ich weiß, was kommt. Ach, du Scheiße. Mit dem Rücken an Rücken. Oh Gott. Oh, nein. Was für Tasten müssen wir jetzt... Ausdauer. Ja, warte, jetzt müssen wir erst über... Oh, da sind auch... Ah, fuck. Scheiße, zu früh. Alter. Du musst hoch. Und. Und. Boah, ja. Du machst immer eins zu spät. Jetzt bist du dran. Sehr schön. Kannst du noch einen oder ist das gleich? Jetzt grad. Dann musst du wieder. Okay, warte. Damit bin ich wieder dran. Bist du wieder dran? Normalerweise müssen wir gleichzeitig immer so machen. Ja, können wir auch machen. Warte, warte. Okay. Und jetzt. 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 Nein, ich will zu füllen. Ich will schnell schnell die Wachen sind da. So, warte. Okay. Und jetzt. Fuck. Stand by Daylight spielen. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Ich weiß, ich bin zu früh. Okay. Warte. Na, warte. Und jetzt. Hä? Alter. Die Wache. Okay. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Nein, ich will jetzt zu früh. Ich will auch nicht. Und jetzt. 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 Alter. 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 oh ne ist das schöne dass sie das noch nicht gemerkt haben dass wild chaos in zellen sind ja weil es immer noch abend ist alle nicht nicht stimmt ist aber der nächste abend nacht und wieder runter oder was leute leute boah heftig hart er ok der typ hat einen schraubenzieher ja boah mutter ziehe oder wie das heißt aber schraubenzieher glaube ich auch du hobelst ok erstmal die situation wieder begreifen und verstehen da ist eine wache ok schon sind in der zelle schmuggeln du hast genau das gleiche ich rede mal mit dem typen sprich du mal mit dem genau ok ich weiß nicht von irgendwoher ich weiß nicht vielleicht du hast in der rauner in der rauner ja sicher ich habe irgendwo muss ich mir ein werkzeug holen Du musst es jetzt gerade Der braucht einen Hammer Oder wir machen es mal einfacher, Börje Was denn? Da ist ein Hammer Genau, bringen wir mal den Schwatten da drüben Ne, kann ich nicht Ich kann nur arbeiten damit Weißt du, was wir machen? Was denn? Was vielleicht gehen würde Komm her, warte Ich lenke ihn ab Ja Du nimmst dir einfach mal den Schraubenschlüssel Oh, ist das schön Oh, ne Brauchst du nicht ganz abbrechen Abbrechen, ja Also wir müssen nur gucken Wie kriegen wir jetzt den Schraubenschlüssel wieder raus Warte mal Warte mal, ich hab hier was Ah, ich weiß Warte mal Bleib du mal hier Du hast Ich musste hier den Detektor durch Ich hab ja nichts bei mir Ja, die Wache müssen wir nur ablenken, oder? Ah, ne Ah, ne, doch nicht Ja, genau Ich check's So Dann geh ich Genau Wenn das klappt Aber müsste Ciao Dann 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 Vielen Dank.